Sie wollen nicht nur Inhalte unterrichten, sondern Sie wollen Themen vermitteln. Sie wollen praxisnahe Erfahrungen weitergeben. Sie wollen Hirne anzünden und mit Begeisterung zum Lernen bringen. Dann sind Sie genau richtig bei unserer Ausbildung zum Trainer, zur Trainerin in der Erwachsenenbildung. Was erwartet Sie in diesem Lehrgang? Verschiedenste Module füllen Ihren Werkzeugkoffer mit hilfreichen Tools. Über Psychologie, digitale Tools, spielerisches Lernen, kreative Mediengestaltung zählt vor allem auch die Rhetorik, die Körpersprache und natürlich das gemeinsame Erarbeiten einer Persönlichkeit als Trainerin und als Trainer. Sie sind mit Ihrer Fachexpertise gefragt und wir unterstützen Sie dabei, zu einer brillanten Trainerin, zu einem brillanten Trainer der Erwachsenenbildung zu werden. Wenn Sie an dieser Ausbildung teilnehmen, dann nehmen Sie mal wieder die Rolle des Teilnehmers oder der Teilnehmerin ein. Erleben Sie noch einmal diese Perspektive, bevor Sie dann selber zum Trainer oder zur Trainerin werden. Bemerken Sie, wie angenehm es ist, von einer Expertin, einem Experten gecoacht zu werden. Erleben Sie, wie schnell die Unterrichtszeit verfliegen kann, wenn man gemeinsam spielerisch lernt, gemeinsam Dinge kreiert und in einer tollen Kooperation miteinander die Kräfte bündelt. Die Gruppe der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an dieser Ausbildung ist sehr vielfältig. Es können Menschen sein, die als selbstständige Personen Trainerinnen und Trainer werden wollen. Es können Menschen sein, die in Unternehmen angestellt sind und dort ihre Mitarbeitenden oder junge, neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Trainer ausbilden wollen. Seien Sie einfach mal neugierig und schauen Sie, welchen bunten Wichs wir zusammenbringen. Der größte Nutzen, den Sie als Trainerin und als Trainer aus diesem Lehrgang mitnehmen können, ist Sicherheit. Sie werden erleben, dass Sie alles in sich tragen, was Sie als Trainerin oder als Trainer in Ihrem Job brauchen. Sei es eine Vielfalt an Unterrichtsmethoden korrekt einzusetzen. Sei es ein richtig bunter Blumenstrauß an Unterrichtsmethoden, die Sie nach Gefühl, nach Ihrer Teilnehmergruppe auswählen können. Sei es auch eine Fähigkeit, mit herausfordernden Persönlichkeiten umzugehen oder vielleicht sogar mal, wenn die Stunde schon ein bisschen spät ist, wieder die Motivation der Teilnehmenden zu pushen, damit Sie Ihre Unterrichtsinhalte optimal vermitteln können. Sie sind neugierig geworden? Dann melden Sie sich gleich an zur Online-Info und holen Sie sich noch mehr Informationen. Vielleicht sind Sie sogar jetzt schon überzeugt? Dann melden Sie sich doch gleich für diese Ausbildung an. Ich freue mich sehr, wenn wir uns in diesem Kurs kennenlernen.